Heyho, hier ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Phönix. Wir haben letztens nicht nur einen Drachen getötet, nein, wir haben auch eine gute Menge an Drachennut bekommen und sind deswegen bestens ausgestattet mit Drachen-Leggings und Drachenschuhen. Und, ich meine, unser Einhorn hat keine Drachenrüstung, aber das ist okay, das ist alles in Ordnung. Da bin ich auch nicht ärgerlich. Ich meine, guckt euch an. Oh, sieht jetzt nicht cute aus. Was super praktisch ist, das Einhorn kann über den Zaun springen und, äh, keine Ahnung, ich selber komme über den Zaun, indem ich mich auf das Einhorn setze, was echt nice ist, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit durch das Tor laufen, obwohl das natürlich jetzt nicht so ein großes Hindernis ist, aber ich finde es trotzdem praktisch. Das war mir vorher nicht klar, das habe ich per Zufall herausgefunden. Wir haben diese Patriot-Skill gefunden. Wir hatten schon mal so eine, die habe ich aber oben in die Kiste getan, weil ich nicht genau wusste, was sie machen. Mir wurde gesagt, man kann damit neue Skills anlocken, okay? Und zwar, ähm, man kann genau, erstmal, wir haben hier die, äh, 30-Minuten-Folgen-Quest-Geclaimed. Davor hatten wir eine 25-Minuten-Folge, deswegen haben wir die auch. Ähm, genau, man kann hier für dieses Book of Skills neue Skills anlocken. Und zwar ist das hier, äh, da sieht man eine kleine Seite daneben. Das heißt, wir kriegen kein Damage von Ender-Perlen und, äh, man kann, wenn man auf Level 5 von 5, wissen wie wir jetzt, äh, gehealt werden, wenn man eine wirft. So, dann geben wir kurz das Passwort ein. Du, 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 du. Das ist echt cool, dass man so schnell die Leiter hochgehen kann. Ich habe das gemerkt, als ich mit Flo aufgenommen habe. Es ist echt cool. Okay, so, upala, Creeper. So, nett. Immer wieder schön. Ähm, genau. Wir haben hier einmal ein bisschen Kram im Inventar und ich wollte kurz diese andere Page of Skills suchen. Ich weiß nicht genau, wo ich die hingetan habe, aber ich wollte eh noch ein bisschen Kram in Kisten räumen, glaube ich. Deswegen gucken wir mal. Oh, hier ist sie. Leih, das war, das war sogar wie first tried. Ähm, genau. Wir haben jetzt noch den Skill Enchanter, heißt das. Ich weiß nicht genau, was der uns bringt. Lass uns mal nachschauen. Decreases the Minimal Level Repair. Oh, wir brauchen weniger Level, um Sachen enchanten zu können. Ich habe heute nicht mehr so viel XP. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Level ich schaffe. Ich kann es wahrscheinlich nicht aufs Max-Level bringen, aber Enchantment... Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme sogar aus anderen Skills noch XP-Punkte raus. Weil das Sachen schneller brennen zum Beispiel ist mir nicht so wichtig. Ich glaube, ich hätte lieber die coolen neuen Skills. Dann kann ich da noch ein bisschen upgraden. Dann gucken wir mal, was brauche ich denn noch nicht? Was bräuchte ich denn? Theoretisch können wir noch was in Tech-Speed reinpacken. Da sind wir noch nicht so hochgelevelt. Das brauchen wir nicht genau. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ne, weil Tech-Speed ist echt praktisch. Vor allem, wenn man gegen Drachen kämpft oder ähnliches. So, genau. Jetzt kann ich nämlich, theoretisch hätte ich Lapislazuli, könnte ich auch Sachen entscheiden. Ich glaube, ich habe momentan keinen. Ich bin mir da nicht sicher. Naja. Oh, genau. Wir haben diese Runenseiten gefunden, okay? Also dieses Bestiary heißt das, glaube ich. Das kann man dann hier verarbeiten, damit man das lesen kann. So wie ich das mitgekriegt habe. So, da stehen wohl ein Haufen nützliche Sachen dran. Das können wir uns gleich mal angucken, was da alles so erwähnt wird. Ich habe jetzt keine Lust, das hier komplett vorzulesen, aber wir können ja mal schauen. Genau, da gibt es einen Haufen Kram zu den Biestern. Hier steht zum Beispiel sowas wie, dass man das Drachenblut kriegt, wenn man mit einer Glasflasche draufklickt. Dann steht hier, wie man Drachen zähmt auf der rechten Seite, ganz oben. So, was man sich ja craften muss. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber das ist nicht schlecht zu haben. Ich glaube, man kann jetzt die anderen Seiten da irgendwie noch reinbauen. Genau. So. Oh, es funktioniert. Cool. Okay. Gut, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Ich war mir nicht ganz sicher. So. Dann wollte ich euch was Cooles zeigen, okay? Was wirklich Cooles. Okay. Das hier ist mein Minecart. Dieses Minecart, das habe ich in anderen Folgen nicht gezeigt, aber es ist alles neu. Ist eine direkte Verbindung zu meinem neu erbauten Shop. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe einen Shop. Hier muss man den Knopf drücken, damit die Redstone-Dinger angehen. Als ich eine Tolle gebaut habe, dachte ich, oh mein Gott, das wird furchtbar. Ich brauche wahrscheinlich so viel Eisen, damit ich die ganzen Schienen bauen kann. Ich habe super viel Gold gefunden und ich hatte auch noch eine Menge Redstone, weil man das irgendwie ständig in Höhlen findet und ich die ganze Zeit in Höhlen bin. Ähm, vor allem von diesen Drachen-Nestern habe ich richtig viel Gold gekriegt. Aber ich habe allein beim Ausheben von dem Tunnel hier, der ist echt lang, by the way, äh, notorisch alle Erze abgegrast, die irgendwie an den Seiten vorgekommen sind. Und ich hatte am Ende gefühlt mehr Eisen, als ich am Anfang hatte, also war das gar nicht mal so schlimm. Das ist mein Shop, okay? Das ist mein Shop. Hier ist mein Lagerraum. Ja, hier sind die ganzen Kisten, da ist noch nichts drin. Das ist einfach nur alles erstmal gebaut. Hier ist die Theke. Dann habe ich hier so ein kleines, ja, einen kleinen Zugang. Das hier sind so Vending Machines. Da habe ich ein paar Sachen reingelegt. So diese Lollis. Die Lollis benutze ich eh nicht. Bisschen Rüstung, die ich nicht gebraucht habe. Ja, also ist jetzt noch nicht viel. Ich habe hier auch noch nicht viel. Genau. Der Shop ist momentan nämlich geöffnet gewesen. Jetzt habe ich ihn geschlossen. Das ist dieser Öffnen und Schließen-Knopf. Weil draußen für die Eisentür ist kein Schalter dran. Das kann ich nur von innen schließen und öffnen. Und ich bin auch die Einzige, die in meinen Laden kommt. So, den kann ich hier gerade übrigens claimen. Weil ich über meine, ähm, über meinen kleinen Bahnhof da reinfahren kann. Ich habe noch vor dem Bahnhof ein bisschen auszubauen, damit es noch in mehrere Richtungen geht und nicht nur zum Shop. Aber das ist alles schon in Arbeit. Wie gesagt, man kann, wenn man diesen Schalter nicht umlegt, dann bleibt man beim Bahnhof stehen, wenn man vom Haus losfährt. Und dann kann man sich auch entscheiden, wo man hinfahren möchte. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich bin auch noch kein Pro, was Redstone-Schaltung angeht. Ich habe jetzt erstmal mein Bestes probiert. Jetzt ist der Shop auf jeden Fall offen. So. Der ist hier am Spawn gebaut, damit alle... Oh lala, Creeper. Genau, den habe ich hier am Spawn gebaut. Da wollten, glaube ich, alle ihre Shops bauen. Ich habe bei den anderen noch nichts gesehen. Aber die sind bestimmt auch dran. Es kann auch sein, dass die die in ihren Köpfen bauen wollten. Irgendwas war mit den Köpfen. So. Folgendes. Ich bin ja relativ weit, was Quests angeht. Vor allem in dem unteren Stamm. Hier. Das haben wir gemacht. Wir haben die Schafe getötet. Was wir noch nicht geschafft haben, ist tatsächlich diese 30 Zombies. Ich mache mir ein bisschen Fleisch. Ähm. Diese 30 Zombies zu töten. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, weil... Das haben wir noch nicht. Ich will nicht auf den Centaur schießen. Sehr gut. Äh, genau. Das habe ich noch nicht. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Ich würde sagen, heute wird die große... Ich habe euch jetzt meinen Kram... Uh. Was hat er jetzt gedroppt? Totem of Undying Head. Okay. Not bad. Oh, da ist, glaube ich, ein Pegasus, aber mit einem Krieger drauf. Was verkaufst du mit Krieger? Nur Krams. Generell, die verkaufen, glaube ich, immer nur Krams. Äh, ich habe, ähm, gesehen, Tops hat ein Pegasus. Und man kann wohl Einhörner mit Pegasussen... Pegasien... Pegasi... Äh, ich weiß es nicht. Äh, kreuzen. Dann kriegt man fliegende Einhörner. Oder Pegasus-Einhörner. Oder frag mich was. Das heißt, da können wir ja mal gucken, ob wir das irgendwann mal machen. Vielleicht, wenn ich mit Tops zusammen eine Folge aufnehme, wäre das ja... Das muss man ja, glaube ich, eh machen, damit man diese Koop-Quest kriegt. Ähm, genau, das könnte ich ja mal machen. Und dann haben wir das auch. Das wäre ja auch schön. Ansonsten, wie gesagt, ich arbeite jetzt erstmal dran. Ne, du hast auch nichts. Ich frage, ich gucke immer bei Dorfbewohnern nach, ob die mir irgendwas Sinnvolles anbieten. Aber im meisten Fall ist es einfach nur... Pfff. Was ist das zum Tausch? Hier, nein. Ach, ja, acht. Acht Emeralds für eine Axt. Danke. Aber nein, danke. Äh, ich, genau, ich gucke jetzt erstmal, dass ich... Uh, ein Zombie. Oh, schade, der war jetzt schon tot. Dass ich Zombies töte, okay? Ich gehe jetzt auf Wanderschaft und, äh, versuche irgendwie auf diese 30er-Zahl zu kommen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dann hätte ich wenigstens mal was erreicht. Und dann können wir ja mal gucken. Es ist ja auf jeden Fall noch nicht alles fertig mit Quest. Es ist ja nur das erste Zeitalter, glaube ich, heißt es. Und, äh, dann kommt ja das nächste Zeitalter, das zweite Zeitalter, wie auch immer es heißen wird. Das neue Zeitalter vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was es da noch so für Quests gibt. Und, äh, gucke mal. Aber deswegen bin ich jetzt halbwegs gut durchkommen durch die ganze Sache. So, lasst mich mal schauen. Hierfür brauche ich, was super unpraktisch ist, ja? Ich brauche erstens Glas. Das, äh, ja, das haben wir noch nicht. Und ich brauche ein rotes Bett. Ich habe ein pinkes Bett, okay? Ich habe ein pinkes Bett. Ich habe diese schicken Hexical Diamonds, was ganz cool ist. Dann würde ich mir gerne was draus bauen. Aber ja, ich habe, ich meine, ich habe ein paar weniger Rohstoffe als, äh, ja, wegen dieser Minecraft-Bahn, weil da echt viel draufgegangen ist. Aber ich habe immer noch echt viel Krams. Also, würde ich sagen, bin ich da immer noch halbwegs zufrieden bin. So, ähm, lasst mich mal kurz ein bisschen umsortieren. Wir haben hier übrigens viel Regenbogenholz. Und viele Regenbogenblätter. Falls es noch jemandem nicht aufgefallen sein sollte. Okay, so. Einen Moment. Einmal Abflug. Und runter geht's. Huiiii! Pschu! Das sollte ein Klatschgeräusch sein. Ich hoffe, ihr könnt, könnt es appreciaten. Jedes Mal, wenn ich hier runterspringe oder wenn ich unten an meinem Haus bin, greifen mich irgendwelche Skelette an und dann kann ich die mit meinem blöden Bogen nicht töten, weil das Feuer direkt gelöscht wird im Wasser. Ah, und guck mal, das ist das Nächste. Du willst mich doch, du willst mich doch ärgern. Ha! Den haben wir erwischt. Der ist, der ist gerade in unsere Falle gelaufen. Ha, 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 ha. Tja. Mir stinkt, wenn nicht du wär. Ja, aber Skelette sind leider nicht das, was ich brauche. Ja, ich brauche Zombies. Es ist normal leider so, dass es nicht irgendwelche feindlichen Mobs sein müssen. Es müssen Zombies sein. Das heißt, wir müssen auch Zombies finden. Okay? Das ist der Plan. Ich hoffe, wir kriegen das hin, diese Folge und wir schaffen das. Ich glaube, das sind diese Pixie-Häuser, oder? Ich fühle mich noch mit dem Motten noch nicht so gut aus, aber ich meine, das sind die Pixie-Häuser. So, lasst mich mal einmal schauen. Was ich übrigens richtig verwundern fand am Anfang, war, dass man diese, ähm, na, die Wurzeln von den Bäumen sieht. Oh, hallo, Zombie! Na, wie geht es dir? Bitte verbrenne nicht. Bitte verbrenne nicht. Nein? Okay, den haben wir, den haben wir. Oh, den haben wir auch. Hallöchen! Und vielen Dank für dein, ich weiß nicht, deine Erfahrung, die du uns gibst. Und deinen Loot. Vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Okay, das ist doch ein solider Start. Genau, ich würde wahrscheinlich Richtung Höhle gehen, denn ich glaube, da ist unsere Chance auf ein Monster deutlich höher, als wenn wir hier in der Gegend rumwandern. Das heißt, da machen wir uns gleich mal auf den Weg hin. Ansonsten, genau, was ich erzählen wollte, hier, diese, diese, äh, Wurzeln. Die haben mich super verwirrt am Anfang, weil das für mich immer aussah wie Knochen oder irgendwas. Und dann, ach, bis mir irgendwann aufgefallen ist, oh, was für ein Zufall, das ist ja unter jedem Baum. Huh, was könnte das wohl sein? Ja, es sind Wurzeln. Das ist mir nun auch klar. Hoppala. Ähm, so, dann lasst uns jetzt mal, nachdem ihr diese Peinlichkeit davon habt, lasst uns jetzt mal weiterschauen. Was ist das? Es sind nur Dorfbewohner, okay. Diese Hirsche sind auch echt überall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welche Höhle ich gehen will. Hier sind ja wirklich überall Schluchten, Höhlen und so weiter und so fort. Ich würde wahrscheinlich einfach nicht zu weit weggehen von unserem, von unserem Haus. Einfach nur, damit wir nicht allzu lange Gehwege immer haben, wenn wir hier in der Gegend rumlatschen und, äh, irgendwie versuchen, was zu finden. Aber hier, wieder. Was ich gerade gesagt habe, ne? Jedes Mal, wenn ich unten vor meinem Haus stehe, greifen mich irgendwelche Skelette an. Da scheint irgend so ein Spawnpunkt zu sein. Oder irgendwas ähnliches. Und die spawnen da die ganze Zeit. Also die ganze Zeit. Ich weiß. Verrückt. Verrückt. Hier sieht das eigentlich nicht schlecht aus. Lasst mich mal überlegen, wie ich da am besten reinkomme. Wir haben 25 von 30 Zombies, übrigens. 25 von 30. Nur, damit ihr jetzt mitzählen könnt, wir brauchen noch 5. Hier ist der Eingang. Und hier ist es leider ein bisschen dunkel, deswegen baue ich mal ein bisschen Kohle ab, damit wir uns gleich einige Fackeln craften können. Ich glaube, da unten ist ein Enderman. Und Zombies! Oh, hallo. Hallo, Enderman. Wie geht es dir? Äh, äh. Bitte, bitte, flütte mich nicht. Ey, 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 ey. Ey, jetzt hat... Der, 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 der... Hallo? Der hat mir ein Schwert abgenommen. Hallo? Also jetzt... Ah! Diese flöten Enderman zu bekämpfen ist auch immer. Hallo? Kannst du bitte aufhören, mich durch die Gegend zu teleportieren? Das wäre sehr nett. Danke. Nein? Wie? Toll. Jetzt darf ich wieder zur Höhne laufen. Da ist nämlich mein Schwert, okay? Das liegt da. Das hat er mir irgendwie entwendet. So. Und mein Bogen. Das haben wir jetzt erst mal wieder auf. Hallöchen. So, ich glaube, der ist aber weg. So, da haben wir noch einen Zombie. Da ist noch ein Zombie. Zack, zack. Ich glaube, der Enderman ist jetzt auch, äh... Ja. Weg. Aber wir haben dem, glaube ich, halbwegs viel Schaden gemacht. Ich glaube, wir hätten nicht mehr viele Hits auf den gebraucht. Wir haben ihn schon ein paar Mal getroffen. Ich hab mal ein bisschen Kram in die Schalkerbox, damit ich wieder normal looten kann. Ihr habt das Gefühl, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal getroffen. Aber das hat scheinbar auch einfach nicht gereicht. Schade, schade. Ich hätte gerne einen Enderman getötet. Und hier ist es leider wirklich dunkel. Das tut mir leid. Äh... Moment, ich geh mir erst mal wieder in die Helligkeit, damit wir auch was sehen. Sonst seh ich nämlich selber nix. Ah! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Hier wollte ich nicht hin. Rückzug. So. Taktischer Rückzug. Wir sind wieder im Hellen. Alles gut. Alles gut. Wir sind hier ausgeleuchtet. Ja? Wir haben hier sogenannte Wasserfälle. Sogenannte Dunkelheit. Nehmen wir schon mal, äh... Ich glaube, wir machen kurz einen kleinen Fackelvorrat nochmal, damit wir hier nicht komplett leiden. 35. 35 sollten reichen. Dann versuche ich die jetzt hier überall hinzusetzen, damit wir auch was sehen können. Löhchen. Mr. Skelettmann. Und auf Wiedersehen, Mr. Skelettmann. Ich traue mich irgendwie nie hier so runter zu hüpfen, weil das hier halt schon Schluchten sind und man halt nicht... Hallo, Creeper. Obwohl, ja, ich meine, danke, Creeper, schätze ich mal, für die sanfte Landung. Ohne Schaden nehmen zu müssen. Hier hat er ein Zombie gebt. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, langsam sollten wir es haben, oder? Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber langsam sollten wir es haben. Sudela. Das sieht check aus, oder? Guck mal, wir haben hier ein bisschen Eisen. Wir haben ein bisschen Kohle. Das sieht Licht von oben. Wir haben außerdem Wasserfall. Wir haben übrigens auch... Ja, ich weiß nicht. Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Eine Hacke, die alles sehr, sehr schnell abbaut. So, dann lasst uns mal... Aber hier sind keine Mobs mehr. Ich hätte gerne Monster. Also Eisen ist ja schön und gut. Aber ich hätte auch gerne Monster. Ja, die meisten Stellen können wir übrigens benutzen zum Bauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm. Der sieht nämlich sehr dekorativ aus. Vielleicht finden wir ein paar Baumaterialien heute. Da würde ja auch nichts gegen sprechen. Wir müssen ja nicht nur Monster töten. Wir können ja auch Verschönerungsmaterial finden. Vor allem für den Laden. Der Laden ist noch ein bisschen... Ja, eintönig. Das war's heute auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch. Daumen einen Kommentar. Schaut euch die letzten Völix-Videos an. Die kommen bei mir immer. Ich hoffe, Freitag und Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.